Ich bin so schön, dass er das gegenseitig angreift und meine Arbeit hier nicht gebraucht wird. Ich rieche mich wieder trotzdem ein. Nein! Wollte ich nicht! Ach, egal. Oh, da liegt ja noch einer. Liegt hier noch einer rum? Oh, da liegt ja noch was. Und da ist auch was. Okay. Tun Neptun. Neptun. Wahrscheinlich muss ich da jetzt nicht was rein. Wahrscheinlich muss ich erst mal hoch. Die Proben von diesen Teilen nervt ein bisschen. Ach, Lagerkiste. Aha, ich komme Kiste. Oh, da liegt ja auch noch was. Oh. Ich fast übersehen. Kisten, Kisten, keine Kisten mehr. Oh, du, du wirst. Unnützes Teil, das mir überhaupt nicht geholfen hat. Ähm, so. Benutzen. Oh, ja. Oh, ja. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wenn du durch den Notzugang wirst, musst du den Schlüssel von Dr. Simon. Er hat das sagen, wir lassen hier. Ich glaube aber nicht, dass wir ein... Ich bin nicht mehr dran. Da liegt eine Waffe. Oh, und ich, ich fahre so dumm und bin hier einfach durchgegangen. Oh. Ja, so gut. Doch, ich bin Waffengeil. Oh,icosfer imolten hierher, töten lassen. Jöhöö. Ach. Was bin ich hier. Ich kann immer wie gut ich bin, aber ob ich weiß was… Oh! Warum lasse ich eigentlich mal Sachen gegen? Der Parasit hasst drei Dinge. Den freien Markt, den freien Willen und freie Menschen. Oho. Hm. Ja, dadurch würde ich ja gerne aber irgendwie... ...das aufschießen würde keinen Sinn machen. Keine Kraft mehr, ihr fläht den Akku wieder auf. Aha. Kennen wir, dass ihr alle behindert geworden seid. Wenn man keine Kraft mehr hat, dann legt man sich ins Bett und schläft. Idioten. Ach ja. Ach, ein Rollstuhl. Ich muss gestehen, da habe ich gerade keine Ahnung, wo ich nicht so... Lalalalalala. Ich laufe jetzt einfach nochmal eine Runde rum. Wo ist eigentlich mein komisches Brummengerät? Oh, da liegt ja was. Ich finde es toll, dass man hier fast alles aufheben kann. Ich mag Spiele, wo man viel aufheben kann. Ich höre es. Rum, 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 rum. Wo bist du? Da oben. Und du hängst fest. Oh, du bist so doof. Ach, echt? Das habe ich jetzt nicht gedacht. Komm da raus. Da geht die Tür auf. Ach so, die Tür. Ja, raus. Los. Los. Ich will hier gerne helfen, aber... U, U, A, I, U, U, A. Ja. Das Teil ist natürlich total praktisch. Nämlich gar nicht. Ha. Geht doch. Geht doch nicht weit nach oben, ey. Oh, man. Ach, da. Oder ich den Schalter nicht gefunden habe. Wann geht denn her? Einmal wieder mit uns. Oh. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, ich bin mir gerade von mir aus angreifen! Was ist denn du jetzt? Ach, Alter. Was ist denn du jetzt? Oh, ja. Da hinten aus kann ich nicht angreifen, ey. Unfair. So viel auf einmal. Ich hab so viele Fälle. Geniettöten nur. Du hast mich jetzt erschreckt. Ohne Scheiß. Das Blut! Das Blut! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ich benutze erstmal wieder meine Pistole. Gute Idee. Ich find schon. Hm. Bisschen Geld. Kann man die Tasche durchsuchen. Ist aber nichts drin. Oh. Ich werde ja nicht schon wieder irgendwas vergessen. Wo ist ja nicht schon wieder mein komisches Brumm-Brum-Maschinchen? Brumm-Brum. Komm. Komm. Denkst du schon wieder? Oh, du hast eine Waffe. Dankeschön. Ich will das an- und aufschalten, lustig. Kommst du jetzt mit? Ist aber nett. Chirurgie. Ich mag keine Krankenhäuser. Besonders nicht die Chirurgie. Hand, 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 die Schönheit versprochen. Steinman! Ich sollte wunderschön werden. Fitt mich ab! Fitt mich ab! Okay. Das ist wohl kein guter Arzt. Aber keine Angst, meine Lady. Ich kann auch keine guten Ernst. Hahaha. Witzig. Tiersteuerung. Tiersteuerung. Halt die Augen am Steinman offen. Bescheu, Bemisker hat sich in der Chirurgie eingenistet. Wenn du ihn finden willst, musst du einfach nur der Blutspur zu holen. Na super. Na super. Was steht da? Ich kann das erste Wort im Wort nicht entziffern. So ist... E-Boy? Oder... Ach, keine Ahnung. Oh, schön. Blumen mit Blut. Na. Ah. Okay. Ich gehe mir erst mal die Leiche hier durchsuchen. Schön. Dann rennen wir auch noch schön hier Feuer rein. Ach du. Okay. Ja, Klappe. Das habe ich schon verstanden. Ich bin ja nicht so doof. Nee. Ich wollte eigentlich nur den Mülleimer durchsuchen. Okay. Nix. Auch nix. Interessant. Ein Bild. Gut geschossen. Auch den Mülleimer. Nix. Ist gut. Ich stelle doch nicht immer gleich so. Also... Ah. Untertitelung des ZDF für funk, 2017